tadaa und schon wieder eine neue Folge Minecraft Hackett, yay so wir sind hier immer noch in der Höhle und wir finden Diamanten das ist schön und jetzt stellt euch mal vor wie viele Diamanten wir kriegen wenn wir die Glücksspitzhacke haben, wir haben jetzt 26 Diamant Erz Entschuldigung und wenn wir da jetzt mit einer Glücksspitzhacke mit reinkloppen sind natürlich keine weiteren Diamanten hier ja das könnte schon ertragreich sein, sagen wir es mal so ich wollte die doch so mitnehmen und eigentlich suchen wir ja immer noch Eisen ist das Diamant, das ist Diamant um den nächsten MV-Panel zu bauen um noch mehr Strom zu generieren für den Massfabricator, weil irgendwann würde ich dann doch gerne, dass wir nicht mehr dass wir wirklich gar nicht mehr hier unten hin müssen um irgendwie Erze zu suchen sondern einfach nur noch über den Massfabricator über das UU-Meter uns das einfach alles herstellen mehr brauchen wir dann wirklich gar nicht mehr wenn der ordentlich läuft vielleicht sollten wir ja wirklich noch mal einen zweiten oder einen dritten bauen aber das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach dass wir dann noch mehr Strom verbrauchen und so wie ich das gelesen habe in einem Forum soll es wohl wirklich so sein dass ein HV-Solar-Panel für einen Massfabricator ausreicht das heißt man braucht wirklich ein HV für ein für ein so ein Gerät und das ist natürlich auch schon krass wenn wir ja jetzt noch nicht mal einen bauen können weil wir zu wenig Rohstoffe haben dann brauche ich jetzt definitiv nicht noch mal zwei daneben stellen das hätte keinen Sinn oh plumps ja es wären einfach wie gesagt dann hätten wir noch mehr Probleme mit den ja mit dem Strom und das brauchen wir uns glaube ich nicht antun dafür haben wir jetzt schon genug Probleme beziehungsweise so groß sind die Probleme ja gar nicht wir brauchen einfach nur ein bisschen mehr Strom über den Tag müsste es eigentlich funktionieren über die Nacht haben wir nur das Problem weil die Solar-Panels ja nun nur am Tag Strom generieren ist ja auch logisch aber das kriegen wir alle schon irgendwie hin das wird schon das ist wieder Lead-Or habe ich glaube ich auch bisher nur einmal benutzt in meiner Ticket-Zeit das war glaube ich mal für dieses für diese Mining-Cards äh nicht für die Mining-Cards für die ganz normalen Cards äh für diese Card-Mod das hat sich definitiv gelohnt die Kohle abzubauen weil wenn ich mich gleich umdrehe wenn ich irgendwann mal die Kohle hier fertig abgebaut habe tatadada naja wenigstens einer na mehr noch genau weil ich habe ja mal oder was heißt ich habe ja mal ich habe ja Entschuldigung Gott oh Gott ich habe ja lange Zeit auch alleine oder das heißt so Privat-Ticket gespielt und da habe ich das dann immer gerne gemacht weil irgendwie mochte ich das ich weiß nicht warum vielleicht mag ich ja Züge oder sowas auf jeden Fall fand ich das immer cool anstatt immer diese Teleportations-Pipes so wie wir das ja jetzt haben ähm zum Beispiel zu dem Query und so weiter das habe ich bei mir anders gemacht da habe ich äh diese 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 Cards genommen die dann von alleine fahren und die habe ich dann einfach dazu benutzt äh die Sachen von A nach B zu transportieren so dass das Card immer von äh von selbst oder ja also ganz alleine immer von A nach B gefahren ist haben wir hier noch mehr Obsidien kann das sein kommt das hin so und dazu habe ich dann immer die Mine Cards benutzt ist das Diamant da vorne ja das ist Diamant da könnt ihr mal sehen wie Diamanten geil ich bin ihr wisst ganz genau wie ich bin ich und Lava das geht eigentlich gar nicht so so Diamanten geil bin ich Hammer und Eisengeil momentan auch wo sind wir hier jetzt eigentlich schon wieder gelandet das ist so krass was die für Gänge gebaut haben diese Mining Dinger ich habe mir dann auch noch mal Gedanken gemacht ich mache mir ja momentan einfach nur noch Gedanken über dieses Let's Play hier was wir alles machen können und dies und das und hin und her ähm ich habe mir auch noch mal Gedanken gemacht ob wir noch mal ähm 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 tatsächlich so eine Ölfabrik bauen ähm ja ich habe mir dann auch noch mal ein paar Tutorials angeguckt und dies und das und äh ja dieses diese diese Ölfabrik die ist eigentlich im Prinzip dafür da um das Öl dann zu benutzen um MJ herzustellen ähm ich bin mit diesen Minecraft-Juhen aber überhaupt nicht drin ich weiß sie überhaupt nicht weil ich habe immer nur ähm mit EU gespielt das heißt mit diesen ganzen EU-Geräten mit den MJ-Geräten kenne ich mich überhaupt nicht aus und das ist das Problem warum ich äh da nicht so in die Materie mit einsteigen kann klar ich könnte mir das jetzt alles noch mal selber beibringen aber ja da denke ich mir dann wieder warum sollte ich es läuft doch weil wir haben ja im Prinzip alles wir haben was zu futtern wir haben äh Rohstoffe wir haben ja alles was man so in Minecraft braucht alles wird automatisiert wir machen im Prinzip nichts mehr von Hand außer das hier jetzt dass wir so ein paar Rohstoffe hier raus klatschen aber das äh ja ist ja auch bald oder gehört ja auch bald der Vergangenheit an sobald wir genug Strom produzieren für was anderes brauchen wir das ja gar nicht mehr machen im Prinzip und deswegen bin ich am überlegen hm was machen wir alter ist das mal ein Gang Freunde ist das mal ein Gang Hammer alles mitnehmen schöner geht es doch gar nicht so naja alles also die Diamanten und jetzt überlegt guck mal wie lange wir gebraucht hätten um das hier selber alles so auszuhöhlen da wären wir jetzt bestimmt schon bei Folge 300 könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen ach ja da wird man wieder so melancholisch mit dieser Melodie hier sind noch mehr Diamanten ist das schön wir haben schon fast ein Stack Diamanten nerz alter das ist schon geil ich meine wir könnten natürlich alles noch erweitern das könnten wir auf jeden Fall ich habe nur immer Angst dass ich dass ich das ein bisschen zu sehr eher für euch in die Länge ziehe weil ich selbst gucke ja auch Let's Plays das ist klar anders wäre ich ja auch nie darauf gekommen jetzt Lead Order ja ähm und ich mag es auch überhaupt nicht wenn es so manche ich gucke mir natürlich auch immer gerne weil ich ja selber noch ganz 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 klein bin gucke ich mir natürlich auch immer sehr gerne von anderen Let's Playern die eventuell gerade erst anfangen um mir dann auch noch mal so ein bisschen was äh abzugucken oder wie machen die denn das und so weiter äh um mich einfach zu verbessern und ähm manchmal gibt es da wirklich welche die ziehen das und ziehen das und ich denke mir jetzt mach doch mal jetzt mach doch mal und sie machen einfach nicht und da denke ich mir manchmal Alter Leute was ist da los es gibt jetzt momentan auch jemanden ähm der auch gerade ein Take It Let's Play anfängt der ist jetzt glaube ich bei bei welcher Folge ist der auch bei Folge 30 oder so und äh der war noch nicht mal in der Mine ich meine bei mir hat das ja auch relativ lange gedauert bis wir dann endlich mal angefangen haben weil ich äh ja so eine kleine Diva bin was es so in Richtung äh Platz und so weiter geht aber wir haben ja dann ich glaube in Folge 3 oder so dann haben wir ja den Platz gefunden da haben wir dann so langsam angefangen und so weiter aber ey boah der der zieht das richtig in die Länge und das ist das ist gar nicht so mein Ding deswegen gucke ich das auch nicht mehr so unbedingt bei ihm ähm aber jedem das Seine auch wieder so ich will ja jetzt nicht lästern aber ich hab dann halt Schiss dass ich äh die Folgen zu lang strecke so wie jetzt gerade zum Beispiel wieder in der Mine rumhampeln und ich hab kein tolles Thema für euch und dies und das und hin und her so wir gehen jetzt wieder nach oben ähm ich hab einfach Schiss dass ich es nicht richtig mache das ist genau mein das ist einfach mein Fall weil ich einfach Schiss habe das nicht nicht so zu machen dass ihr es euch gerne anguckt da hab ich einfach Panik vor so die Diamanten packen wir jetzt mal oh ein extra die Diamanten packen wir jetzt einfach mal hier rein genauso wie das Redstone boah da haben wir sogar über ein Stack und die Kohle auch und den Rest können wir im Prinzip unten rein also hier ins Lagersystem reintun das wird dann ja sowieso gleich verbraucht beziehungsweise benutzt und mir fällt gerade ein wir sind ja Level 30 ne und wir haben noch einen Diamanten das gibt's doch gar nicht jetzt hätte ich jetzt gesagt gehen wir mal äh und entchanten mal was dann holen wir uns jetzt einfach so eine Saphir-Spitzsacke und es wird wieder dunkel oder wird's hell wird's dunkel der Himmel geht in Richtung da das heißt es müsste dunkel werden hallo liebe Kühe warum ist hier kein Strom doch jetzt wird's so langsam Strom produziert ja jetzt kommt so langsam Strom an bisschen wenig hier drin gewesen ne Moment das können wir ändern wir haben wir haben den Remote Control nicht mit müssen wir doch hinrennen den haben wir nicht mit oder Remote Orderer Entschuldigung so Kohle hauen wir hier mal so ein bisschen manuell Kohle rein ich weiß jetzt nicht warum hier so wenig nur noch ist so so äh ach jetzt jetzt wird's langsam langsam was Alter es ist aber auch laut ne so ich weiß ich weiß gar nicht ob das reicht naja wir lassen's erstmal so jetzt kriegt das Ding auf jeden Fall ordentlich Strom so ich denke mal das lag auch daran dass hier jetzt so viele große drin sind weil die einfach nicht gegrindet wurden sozusagen und deswegen ist die hier auch noch nicht fertig und hier ist auch nämlich noch einiges was noch nicht abgebaut wurde da zum Beispiel da hier da hinten ist auch noch was hat nicht so ganz geklappt na gut vielleicht leiten wir gerade zu viel äh nach hinten zu den Generatoren um aber ist jetzt nicht so schlimm ach Quatsch wir wollten ja hinten unten einfach mal entschaden und mal gucken wie es jetzt so aussieht ob wir hier vielleicht endlich mal eine Glücksspitzhacke bekommen bitte das gibt's nicht haltbarkeit effizienz ich könnte so heulen genau warum kriegen wir denn keine Glücksspitzhacke geht das durch den Schaden nicht mehr oder was das ist doch ätzend ein bisschen brauchst du noch also viel eigentlich nicht mehr wir könnten natürlich die Farben hier auch noch erweitern indem wir dann da hinten noch Hühner und Schafe und so mit dran klemmen oder Schweine könnten wir müssen wir aber nicht unbedingt weil die Kühe reichen eigentlich und das ist immer ja ist eigentlich immer das Vieh was uns am meisten bringt weil es uns halt noch Leder bringt apropos Leder wir können ja hier auch nochmal wieder ein bisschen Papier machen so komm wir bauen die Wand wieder hin so wir brauchen einfach mehr davon um hinten endlich mal unsere Bücherei fertig zu stellen machen wir aus dem bisschen hier ein bisschen Papier viel ist es ja nicht haben wir hier noch was drin gelassen zehn Stück ähm ähm hallo unser Lager wird nicht mehr funktionieren haben wir wahrscheinlich alles Strom raus gesaugt dafür lief der Mustfair Recaider jetzt gerade dauerhaft jetzt kommt's alles klar Mö Ach Leder logisch nicht Holz sag das doch mal einer Leder natürlich 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 ähm 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 alles klar sechs Bücher naja immerhin jetzt können wir das Holz wieder raus nehmen was wir noch haben was ist denn los mit mir ist aber auch teuer so ein Bücherregal na immerhin wieder zwei Stück das ist ja immerhin etwas so dann schauen wir noch mal nach hinten ich denke mal die Spitzhacke wird jetzt fertig sein ne doch noch nicht ein bisschen fehlt noch ganz kleines bisschen was fehlt noch ich denke mal eine Kuh wird es noch sein und da ist auch gerade eine drin muss man nur mal kurz auf den Grinder warten da war er ein es fehlen sogar noch zwei oder so ich glaube ich muss hier mal ich weiß gar nicht wie wir das geregelt haben wie viel Kohle hierher kommt ich glaube da kam gerade wieder was oder drei zwei drei muss nicht so unbedingt sein wo hatten wir denn das eingestellt wie viel nach da hinten geht ich glaube hier irgendwo ne ähm ähm jetzt haben wir gar keine Spitzhacke mehr ach ich würde ja gerne den Diamond Drill nehmen aber der ist ja woanders drin ja der ist woanders drin hier hier haben wir das gemacht ne ja das sieht gut aus machen wir mal so vielleicht wird das ja was so dann haben wir das jetzt auch wieder und die Baumfarm sie läuft und läuft und läuft ich bin so froh dass das alles geklappt hat echt ist auch krass wie viel Holz wir eigentlich produzieren der Nugget meinte ja auch ich soll ich soll doch mal eine eine Farm bauen die unser ganzes Holz in Kohle produziert könnte ich tatsächlich mal machen äh was ist hier los achso ja klar die ist ja immer noch hier am scrap produzieren also besser kann es eigentlich nicht laufen weil der massfabrikator hat definitiv immer dauerhaft zu tun wir können auch mal gucken wie viel u-meter wir jetzt haben naja 31 ist jetzt nicht so der oberwahnsinn wir können aber mal gucken ob wir jawoll einen können wir machen und für den zweiten fehlt uns tatsächlich nur eisen in anführungszeichen nur eisen wir haben ja aber noch 20 eisenerz ich weiß gerade nicht warum wir das noch nicht umproduziert hat sozusagen wir warten jetzt mal ganz kurz auf den das dürfte ja noch ein bisschen dauern aber wir sehen gerade hier geht einiges gerade durch und einiges wird gecraftet ist krass wie der das alles automatisch macht ich finde das irgendwie cool